Edi aus Serbien ist der neue Küchenchef hier im Gasthof Adler in Großholzleut. Seine Kochkünste sind weltberühmt. Gelernt hat er es übers Cellphone, übers Handy. Wenn Bestellungen kommen, wie zum Beispiel Schnitzel, dann lädt er sofort die Schnitzelproduktion und Fertigung für die Pfanne runter. Er liest alles vom Handy ab und genauso wird gekocht.